Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kids & Family Podcast hier auf Brettspielnews.de. Ich bin der Björn und heute werde ich euch sechs Neuheitentipps zu Weihnachten aus dem Kids & Family Bereich vorstellen. Und am Ende gibt es nochmal sechs weitere Tipps, die ihr vielleicht nicht so auf dem Schirm habt. Viel Spaß beim Zuhören. Kids & Family Podcast Dann steigen wir doch direkt mal ein mit den Neuheitentipps zu Weihnachten. Je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, werdet ihr auch einen Artikel dazu auf Brettspielnews.de schon finden. Was ihr dort allerdings nicht findet, sind die weiteren Tipps, die ich euch am Ende des Podcasts dann auch hier noch nenne. Ich stelle die Titel einfach kurz vor. Ich habe die wieder sortiert von ganz jung bis hin zu Familien, Teenager-Bereich. Und das ist also keine Rangfolge in dem Sinne. Los geht's mit Quickie Quack von Logis. Das ist ein Spiel ab drei Jahren. Und hier geht's um eine Entenfamilie, die in einem Teig schwimmen möchte. Also es geht darum, dass man die Entenmutter und drei Entenküken über eine gewisse Wegstrecke mit Symbolen in einen Teich setzt, bis die Sonne hinter den Wolken verschwunden ist. Also wir haben so einen kleinen Timer, der je nachdem, was ich würfle, dann voranschreitet. Also ein Roll-and-Move-Spiel. Und das Besondere an diesem Spiel ist einfach, dass es ein kooperatives Spiel ist, das in allererster Linie den Kindern wahnsinnig viel Spaß macht. Durch den Fischaufbau, durch diese Präsenz. Man hat also diese Spielschachtel, auf der man diese Küken und die Mutter dann zieht. Das sind so Standees in so Plastiksteckern. Und wenn ich über diesen Weg rübergelaufen bin und die Tiere springen in diesen Teich, sind dort so Löcher eingelassen, dass es dann wirklich so aussieht, als ob die Tiere in dem Teich schwimmen. Also es ist wirklich richtig putzig gemacht. Sehr, sehr schön. Und das Besondere an diesem Spiel ist, dass ich nicht einfach einen Zahlenwürfel habe, sondern ich habe Symbole. Und anhand dieser Symbole ziehe ich die kleinen Enten vorwärts. Ich muss mich allerdings absprechen, denn natürlich, wie es in einer Entenfamilie nicht anders sein könnte, soll die Entenmutter natürlich voranwatscheln und die Küken brav hinterher. Wann wir allerdings welche Figur wie weit ziehen und welches Symbol wir dann dafür nutzen, das bleibt uns überlassen. Und das ist dieser interessante Kniff, diese taktischen Entscheidungen, die hier wirklich schon eingeführt werden und eine ganz tolle Kommunikation über Spielentscheidungen hier angebahnt werden. Das hat mich sehr, sehr begeistert. Ein wirklich wunderschönes Spiel, das ein Kind theoretisch auch schon alleine spielen könnte, um diese Entscheidung da selbst zu fällen. Und man kann sogar diese Plättchen umdrehen und hat dann eine leicht veränderte Wegstrecke aufgrund veränderter Symbolik. Ja, also wirklich toll. Ein schöner Tipp, schaut es euch mal an. Quickie Quack von Logis. Als nächstes haben wir ein Spiel ab fünf Jahren, nämlich Spy Guy Deutschland von Trefel. Man könnte hier genauso gut auch das normale erste Spy Guy nennen, aber wer das vielleicht schon durchgespielt hat, so wie es uns gegangen ist und dann einfach froh war, nach neuen Dingen zu suchen, ein neues Wimmelbild zu erkunden, der ist hier genau richtig. Es geht darum, inhaltlich oder thematisch sind Regierungsakten aus dem Bundestag gestohlen worden, was jetzt erstmal nicht so klingt, als wäre das ein Thema eines Kinderspiels für Kinder ab fünf Jahren. Aber so ist es nun mal. Letztlich sollen wir dem Detektiv Spy Guy helfen, den Bösewicht Dr. Moritz zu schnappen. Und da haben wir wieder diesen gewohnt riesigen Spielplan, also für die Kinder, nicht nur für die Kinder riesig, auch für mich riesig, 111 Zentimeter ergibt es dann, wenn man den aneinander puzzelt. Und dort ist also ein riesiges Wimmelbild zu finden. Alle Leute, die Wimmelbild gut finden, die werden hier in Heiden Spaß haben. Ich habe noch kein Kind gefunden, das da keinen Spaß dran hatte, Dinge zu suchen. Und es geht darum, dass man eine Karte aufdeckt. Dort ist ein Hinweis zu sehen und den muss man dann suchen. Man hat dann eine Sanduhr lang Zeit, diese Hinweise zu finden. Die ist unterschiedlich oft auf diesem Spielplan versteckt. Und je öfter man ihn nach Ablauf der Zeit gefunden hat, desto besser, denn so viele Schritte dürfen wir nach vorne gehen. Und auf diesen Hinweiskarten ist auch festgelegt, wie viele Schritte Dr. Moritz nach vorne gehen darf. Und wir müssen ihn erreichen, bevor er eben seinen Fluchtpunkt erreicht hat und dann eben mit den Dokumenten verschwindet. Das Spiel hat im ersten Teil schon super eingeschlagen bei uns daheim. Auch der zweite Teil wird rauf und runter gespielt, ehrlicherweise. Und was mich besonders dazu motiviert hat, dieses Spiel in diese Liste aufzunehmen, ist, dass es dadurch, dass es wahnsinnig schnell erklärt ist, super tolle Präsenz hat und einfach mal ein außergewöhnlicheres Spielprinzip ist, es ist toll generationenübergreifend. Also was die Kids bei uns daheim untereinander spielen, mit Freunden spielen, aber auch mit uns Eltern spielen oder eben auch mit Oma, Opa spielen, das ist schon cool. Also das ist schon richtig, richtig toll. Und das ist ja eigentlich das perfekte Spiel für Weihnachten dann. Deswegen musste das in die Liste mit rein. Wenn ihr noch nie was von Spy Guy gehört habt, schaut es euch unbedingt mal an, wenn ihr Kinder habt, so im Alter von, ja, ich würde mal sagen, so ab 4 bis hin zu 10 macht das schon ab und zu auch noch Spaß, denke ich. Also das ist dann auf jeden Fall die Zielgruppe dafür. Schaut es euch einfach mal an, Spy Guy oder Spy Guy Deutschland. Das dritte Spiel meiner sechs Neuheiten Tipps ist, ja, muss ich ehrlicherweise zugeben, mein absolutes Jahreshighlight bisher, und zwar ist das Käpt'n Pepe Schatz Ahoy von Haber, ein Spiel ab sechs Jahren. Worum geht's hier? Wir befinden uns an Bord des Schiffes Melody und wir spielen die Crew des mutigen Kapitän Pepe und der versucht, den legendären Schatz der Sieben zu finden und trifft dabei auf allerlei Dinge, Schwierigkeiten, Ereignisse und eine ziemlich fiese Krokodilstame namens Madame Goldzahn, die versucht, der Crew und Käpt'n Pepe das Leben schwer zu machen und den Schatz wegzuschnappen. Es ist ein Kinder-Legacy-Spiel mit einer unfassbar tollen Hintergrundgeschichte. Es hat tolles Material, es wird unglaublich schön durch eine App, ist es nicht, es ist ein Link auf die Homepage von Haber. Dort wurde das extrem professionell und spannend und toll eingesprochen und vertont, diese Zwischengeschichten, die sich dann zwischen den einzelnen Kapiteln ereignen. Es ist, ja, ein kooperatives Rätselspiel, in dem man ein Schieberätsel löst, immer mal, immer wieder die Crew an verschiedene Punkte des Schiffes setzt, an die richtigen Ruder zu bekommen und so weiter. Es ist sehr, sehr schwer, weil ich möchte natürlich nicht spoilern, weil dieses Spiel lebt natürlich von den Entdeckungen. Wenn ihr da noch was, ein bisschen mehr erfahren möchtet, auch spoilerfrei natürlich, dann, je nachdem, wann ihr das hier hört, ist vielleicht auch schon die Rezension dazu online bei brettspielnews.de. Dann schaut da einfach mal rein. Ich kann es euch nur wirklich empfehlen. Es ist ein wunderschönes Spiel und gerade vielleicht für die Weihnachtszeit, für die Weihnachtsferien mit euren Kids. Vielleicht habt ihr sogar, weiß ich nicht, zwei Kids zu Hause im Grundschulalter und könnt das dann zu viert als Familie spielen. Das ist, ja, wirklich toll. Schaut es euch einfach mal an. Ich kann hier gar nicht so viel darüber erzählen, wie ich gerne möchte, weil ich eben nichts verraten darf. Aber, so viel sei gesagt, mein persönliches Highlight bisher, und so lange ist es ja nicht mehr in diesem Jahr, Captain Pepe Schatz Ahoy von Haber. Das nächste Spiel heißt Guminis und ist von HCM Kinzel. Ist auch ein Spiel ab sechs Jahren. Und hier geht es um ganz viele freche Zuckermonster, die die Kinder mit unterschiedlichen Früchten, die sie auf ihren Karten haben, in die eigene Zuckerdose locken wollen. Und diese Monster, die sie dann in der Zuckerdose haben, die kommen dann immer mal wieder, erscheinen die dann nacheinander. Das ist wie so eine Art Deckbilder, so ein kleiner. Und da gibt es dann immer mehr Ressourcen. Und mit den mehr Ressourcen kann ich wieder mehr Guminis einfangen. Und damit kriege ich wieder mehr Ressourcen und kriege dann noch coolerer Guminis und so weiter. Ihr wisst, worauf ich raus will. Und wer am Ende des Spiels die meisten Guminis einfangen konnte in seiner Zuckerdose, gewinnt das Spiel. Es ist ein wahnsinnig wunderschön gestaltetes Deckbauspiel für Kinder. Es führt ganz einfach und trotzdem sehr, sehr spannend in dieses Genre ein, in dem ich Ressourcen dafür benutze, mein eigenes Kartendeck oder hier Monster-Zucker-Dosen-Deck, wie auch immer, zu verbessern. Und dieser kleine Legacy-Aspekte noch mit hinzukommt. Denn ich kann kleinere Päckchen öffnen, die dann neue Arten von Guminis mit neuen Fähigkeiten ins Spiel bringen. Aber alles wunderschön dosiert und der Reihe nach und altersangemessen. Ja, das ergibt einfach ein wunderbar tolles, belohnendes Spielgefühl für Kinder. Meine Tochter liebt dieses Spiel sehr und hat mich mehr als einmal gedrängt, dieses hier mit in die Liste aufzunehmen. Und das ist ein Spiel, das man mit spielerfahrenen Kindern ab vier Jahren auf jeden Fall schon spielen kann. Und da kriegen die, wie gesagt, diese ersten Mechanismen da schon mit und können da ausprobieren. Und es ist ein unglaublich tolles Gefühl für die Kids, wenn sie ansammeln, sparen und sich dann mit ihren Erdbeeren und Äpfeln und Zitronen dann neue Zuckermonster schnappen können. Und dann gibt es noch Joker-Monster. Und das ist einfach wirklich total lustig und witzig. Und der Mechanismus ist folgender. Man hat so eine Pappschachtel, die die Zuckerdose ist. Die hat unten einen Schlitz. Und dort kitzle ich mit einer Feder, was ein kleines Holzblättchen ist, kitzle ich die Zuckermonster da jeden Zug raus. Also auch von der Feinmotorik her und von dem ganzen Aufbau ist es einfach toll gemacht. Und ein wunderschönes Kinderspiel. Und ich kann es deswegen nur empfehlen, schaut es euch einfach an. Es gibt kleine, wie gesagt, kleine Erweiterungen durch diese Legacy-Elemente, die das dann auch wirklich spannend halten. Aber auch alleine das Grundspiel ohne diese Zusatzboxen hat bei uns einen hohen Wiederspielreiz ausgelöst. Und auch dieses Spiel spielen wir als Eltern sehr, sehr gerne mit, weil es einfach Spaß macht und einfach ein schönes, ja, fluffiges, kleines, kurzes Spiel ist. 20 Minuten ist das gespielt und ist trotzdem alles andere als banal. Ich kann es euch nur empfehlen. Schaut euch mal Guminis an. Das fünfte Spiel meiner Tippliste von heute habe ich auch schon in den Messe-Highlights auch vorgestellt, so wie Captain Pepe ja auch. Aber trotzdem, vielleicht hat den Podcast auch nicht jeder gehört. Und es, ja, es war bei der Auswahl einfach dann ganz vorne und hat es einfach jetzt auch in diese Liste geschafft. Die Rede ist von Mycelia, von Ravensburger. Ein Spiel ab neun Jahren, in dem wir ins Reich der Pilze reisen. Und jede Person am Tisch hat ein eigenes Tableau mit Tautropfen. Und das Ziel ist es, diese Tautropfen aus dem eigenen Gebiet zurück zum Schrein des Lebens zu befördern. Und das tun wir, indem wir ein Kartendeck ausspielen, das wir in Deckbaumanier erweitern können. Und je nach Erweiterungskarten, die wir benutzen oder eben nicht, auch wieder verschlanken können. Wir benutzen Herbstblätter zur Währung und eben diese Spezialfähigkeiten der einzelnen Pilzfiguren, die auf den Karten abgebildet sind. Das Spiel hat mich vor allem grafisch, ja, weggebügelt ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es hat mich extrem beeindruckt, weil es einfach wunderschön ist. Und es hat einen tollen Mechanikmix bei sehr einfachen Regeln. Dieser Deckbauaspekt, der kann wirklich schon von spielerfahrenen Kindern ab sechs Jahren wirklich angewendet werden. Das muss man schon sagen. Mein Sohnemann ist jetzt acht geworden. Der kann das, ja, schon locker alleine spielen. Gut, er hat natürlich auch viel Spielerfahrung. Aber ich habe damals, also was heißt damals, beim Messe-Highlight-Podcast, habe ich gesagt, oh, da wird er vielleicht noch Schwierigkeiten haben. Also mittlerweile hat er sich so reingefuchst, dass er mich da eines Besseren belehrt hat. Und tatsächlich, meine Tochter, wie gesagt, mit vier, kam auf mich zu, sie will unbedingt Miss Celia spielen. Und dann sagte ich zu ihr, ja, gut, okay, dann können wir auch Solo spielen und dann spielen wir zusammen gegen das Spiel. Nein, sie will allein spielen. Es ist mir egal, ob ich verliere, sagte sie. Und dann hat sie das wirklich, hat sich hingesetzt, hat das gespielt und hat mit zwei Punkten Unterschied verloren. Jetzt kann man natürlich sagen, da ist der Papa vermutlich ein grottiger Spieler. Das mag sein. Aber wir hatten beide unseren Spaß und sie hat es wirklich hinbekommen. Es fasziniert einfach durch dieses Artwork, durch den Aufbau dieses Schreien des Lebens, durch diese wunderschönen Tautropfen und die sehr, sehr eingängige Ikonografie und die ganz klaren Regeln der Rundenabläufe. Dazu kommt, dass es extrem belohnend ist, weil man sehr, sehr oft im Zug des Gegners auch eigene Dinge, also eigene Fähigkeiten nutzen darf oder eben auch Blätter bekommt, um sich dann im eigenen Zug wieder was zu kaufen. Also ein sehr, sehr schönes Spiel. Wer noch ein bisschen mehr darüber erfahren will, kann sich ja gerne den Podcast der Messe-Highlights nochmal anhören. Das möchte ich hier jetzt eigentlich nicht alles nochmal wiederholen. Nur so viel noch, wer sich überlegt, das vielleicht für Weihnachten anzuschaffen. Es gibt auch einen wirklich tollen Solo-Modus, den ich auch schon des Öfteren jetzt genutzt habe, um abends einfach ein bisschen abzuschalten. Das ist wirklich einfach schön, macht wunderbar Spaß, ein bisschen schöne Musik dazu und los geht's. Kann ich nur empfehlen. Mycelia von Ravensburger. Und auch das letzte Spiel meiner Neuheiten-Tipps habe ich schon erwähnt gehabt bei den Messe-Highlights. Und irgendwie macht das ja auch Sinn, dass die Highlights dann auch meine Weihnachtsempfehlungen sind. Also kann man ja schon einen gewissen Sinn dahinter erkennen. Die Rede ist von Graffiti von Queen Games. Ein Spiel auf der Schachtel ab 14 Jahren. Aber lasst euch davon nicht verrückt machen. Also das kann man ja ab 8 Jahren schon anfangen. Richtig gut spielen, würde ich sagen, ab 10. Und hier geht's um das Erstellen von Graffiti-Bildern. Es geht um diesen wirklich existierenden Leaf-Street-Tunnel in London. Und alle Personen am Tisch versuchen, Farbdosen zu sammeln, Genehmigungen zu sammeln, um dann als Graffiti-Künstler wunderschöne Wandbilder zu gestalten und sich da in diesen Tunnel zu verewigen und das Ganze mit den eigenen Tags, also den Unterschriften, versehen. Daraus ergibt sich dann auch die Punktwertung am Ende. Und wenn das Spiel zu Ende ist, gewinnt der Spieler mit den meisten Siegpunkten. Das Familienspiel gehört für mich zu den unerwarteten Überraschungen wirklich des Jahres. Diese bunte Optik hat mich gereizt. Der sehr interessante Mechanik-Mix hat mich gereizt. Und ich finde, passend zu Weihnachten haben wir hier ein Spiel, das um Gebietsmehrheiten kämpft, in Anführungszeichen. Denn diese Area-Majority-Geschichte hat hier gar nichts mit Kämpfen, sondern einfach mit dem gemeinsamen Erstellen von Graffiti-Bildern zu tun. Und es ist ein wunderbar friedliches Spiel auf der einen Seite und trotzdem kann man sich immer so ein bisschen ärgern, weil man so ein bisschen Teile des Graffitis, die man dann wegnehmen kann, tolle Fähigkeiten wegnehmen kann, was die Plättchen betrifft. Oder Arbeiterfelder besetzen kann, die der andere vielleicht gerne gehabt hätte. Aber es gibt eigentlich fast immer einen Ausweg, um blockierte Dinge wieder ein bisschen abzumildern. Oder eben, ja, es gibt eigentlich kaum einen Zug, der da verschwendet ist. Man hat immer was zu tun, man kann immer was erreichen. Und selbst so künstlerisch unbegabte und muss ich ehrlicherweise leider gestehen, auch nicht so wahnsinnig interessierte Menschen wie mich, hat das dann doch sehr gereizt. Und dieses frische und unverbrauchte Thema übt da einen großen Reiz aus. Und, ja, wie gesagt, das Spiel ist für mich absolut einen genauen Blick wert. Vor allem auch Leute, die mehr so Richtung künstlerische Ecke gehen und sich dazu mal ein Spiel wünschen. Da gibt es ja nicht so wahnsinnig viel. Zumindest kenne ich die nicht. Könnt ihr mich auch gerne eines Besseren belehren. Aber ich kenne sie im Moment nicht. Mir fällt sie nicht ein. Schaut es euch einfach mal an, wenn ihr Näheres wissen wollt. Lest euch meine Rezension zu Graffiti durch. Beziehungsweise könnt ihr euch auch gerne nochmal den Highlight-Podcast anhören. Das sage ich auch ein bisschen mehr dazu. Graffiti von Queen Games. Und das waren sie dann auch schon. Meine sechs Neuheiten-Tipps. Und wie versprochen, habe ich gedacht, ich kann ja jetzt nicht einfach einen Podcast aufnehmen mit dem gleichen Inhalt des Artikels. Ich möchte euch gern nochmal, ja, sechs weitere Tipps geben, die ihr vielleicht für Weihnachten nicht so auf dem Schirm habt oder die im Moment vielleicht nicht so beworben werden, die ich persönlich aber extrem toll finde. Und zwar mein erster Tipp ist Monsieur Karussell von Loki. Ein Spiel ab vier Jahren, das so ein bisschen Memory-Aspekt hat, durch eine tolle Tischpräsenz glänzt, ein tolles Holzkarussell, das man auf dem Tisch dreht. Es geht darum, alle Kinder richtig zuzuordnen, bevor es anfängt zu regnen. Und man kann dann auch Regentropfen wieder entfernen. Also ein wunderschönes Memory-Spiel, kooperativ mit so einem Kniff, weil es eben dieses Karussell hat, das tatsächlich in Holz auf dem Tisch steht. Ist ein Spiel ab vier Jahren. Ist auch lange Zeit eines der Lieblingsspiele meiner Tochter gewesen. Schaut es euch einfach mal an. Monsieur Karussell von Loki. Das nächste Spiel ist von Cosmos, ist ab sieben Jahren und heißt My Goldmine. Ein kleines Spiel aus dieser Open-and-Play-Reihe von Cosmos, in dem es darum geht, wir spielen Zwerge, die in der Mine eines Drachen nach Gold schürfen. Und wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, ist der Drache da nicht so wahnsinnig begeistert davon und versucht uns zu brutzeln. Dabei starten wir auf dem mittleren von neun Minenfeldern, da ist so eine Lore abgebildet, und können uns dann entscheiden, von zwei unterschiedlichen Kartenstapeln zu ziehen. Der eine Kartenstapel, der sagt uns, ob wir Goldnuggets bekommen und ob wir dafür Richtung Dragobert, Drache müssen, oder Richtung Ausgang. Wir wollen nicht immer Richtung Ausgang gehen, denn wenn wir aus der Mine rausgehen, dann ist die Runde für uns beendet. Wir haben zwar unser Gold gesichert, können aber kein weiteres Gold mehr sammeln. Allerdings möchten wir auch nicht unbedingt zu nah an Dragobert gehen, weil es da ziemlich heiß werden kann. Und sobald Dragobert uns erwischt mit seinem Brutzel-Feuer-Strahl, dann ist die Runde für uns beendet. Wir verlieren sämtliches Gold und sind erstmal raus bis zur nächsten Runde. Es gibt insgesamt drei Runden. Und was das Tolle an dem Spiel ist, ist, dass wir in der ersten Runde Goldnuggets verteilen. In der zweiten Runde Goldnuggets verteilen und diese beiden ersten Runden quasi einen kleinen Vorsprung für die dritte Runde geben, die dann tatsächlich die letzte Wertungsrunde ist. Und das, was ich vorher verdient habe an Goldnuggets, ist so viel, dass es mir doch einen gewissen Vorteil geben kann. Auf der anderen Seite aber nicht so viel, dass das Spiel danach schon entschieden wäre. Ich habe es da mehr als einmal schon erlebt, dass sich da ein Zwerg schon zu sicher gefühlt hat nach zwei gewonnenen Runden. Also es bleibt auf jeden Fall immer spannend. Was mir auch noch sehr gut gefällt bei diesem Spiel, ist, dass es mit etwa 25 Minuten relativ kurz ist und trotzdem sechs Leute mitspielen können. Und je mehr, desto besser. Denn es gibt auch bei den Exit-Karten, das ist der zweite Stapel, von dem ich ziehen kann, ganz lustige Dinge, wo ich Plätze tauschen kann, andere Figuren Richtung Ausgang ziehen kann und so weiter. Also ein bisschen Ärgerfaktor dabei, Push Your Luck dabei, hochspannendes Ding, auch für Kinder. Schaut es euch einfach mal an. My Goldmine von Cosmos. Als nächstes möchte ich hier ein Spiel vorschlagen, über das ich vor einigen Jahren ja mehr ein bisschen zufällig drüber gestolpert bin. Und seitdem wird es vor allem in der Schule bei mir wirklich sehr, sehr gerne gespielt. Die Rede ist von Gravity Superstar aus dem Sit-Down-Verlag. Wir haben hier ein Weltraumspiel, in dem wir unsere Männchen durch das Weltall fliegen lassen, bewegen lassen, dabei Sterne und bestimmte Tokens einsammeln, so ein bisschen nach Videospielmanier. Und das Besondere an diesem Spiel ist, dass eben wir mit unseren Karten uns bewegen. Ist ja etwas, was auch nicht jedes Kind schon mal gemacht hat in einem Spiel. und dadurch, dass es im Weltall kein Oben und Unten gibt, wird das in diesem Spiel auch sehr gut aufgegriffen. Und je nachdem, wie ich meine Figur platziere oder drehe oder bewege, kann es passieren, dass für die Spieler oben, unten, links, rechts völlig unterschiedlich ist. Und dadurch wirklich ein wahnsinniger Humor am Tisch entsteht, lustige Situationen entstehen, aber auch taktische Entscheidungen möglich werden. Und auch hier ist es so, dass man eigentlich mit jedem Zug was machen kann. Man kann zwar auch rausgeschlissen werden, kommt dann im nächsten Zug aber direkt wieder mit rein. Wir haben ein bisschen Handmanagement dabei, was die Karten betrifft, weil wir bestimmte Fähigkeiten haben und eine Joker-Karte, die alle Fähigkeiten hat. Wir haben Standardaktionen und wir haben so ein bisschen Set-Collection, weil je nachdem, welche Farben von Sternen ich einsammle und welche Sets und Paare von Sternen ich einsammle, kann ich nochmal zusätzliche Punkte für die Schlusswertung generieren. Auch hier gibt es eine kleine Möglichkeit, mit zusätzlichen Fähigkeiten das noch zu erweitern. Aber die Grundversion reicht hier völlig aus, um aus meiner Erfahrung sehr lange Spielspaß damit zu haben. Es ist ein außergewöhnliches Spiel, weil auch der Spielplan quasi unendlich ist. Das heißt, wenn ich aus der einen Seite rausfalle, falle ich auf der anderen Seite wieder rein. Das gibt ein wirklich tolles Weltall-Flair und fängt also das Thema damit sehr, sehr gut ein. Wenn euch das interessiert, gekitzelt hat, schaut euch einfach mal an. Gravity Superstar von Sit Down. Dann kommen wir zu einem Spiel, das ich letztes Jahr testen durfte. Und zwar ist das Bistro Potpourri von Piatnik. Ein Spiel ab acht Jahren. Das gehört neben dem künstlerischen Thema mit seinem Kochthema und Küchenthema zwar eher zu den Spielen, die mich jetzt nicht so reizen würden. Ich bin aber wahnsinnig dankbar dafür, dass ich das zum Testen bekommen habe. Sonst wäre das vielleicht an mir vorbeigegangen. In Bistro Potpourri spielen wir Köche, die gerne einem Sterne-Tester beweisen würden, dass sie der beste Koch sind. Das Problem an der Sache ist, dass wir nicht alleine in der Küche sind, dass wir mit drei bis fünf Köchen spielen und aber egal in welcher Spieleanzahl wir spielen, nur drei Töpfe zur Verfügung haben, in denen jeder seine Gerichte kochen möchte. Jeder hat verdeckt. Immer zwei Rezepte in seinem eigenen Büchlein vor sich stehen. Das ist ganz clever gemacht. Und wir haben eben diese drei Töpfe. Davon ist auch immer noch eine abgedeckt. Und wir versuchen halt gegenseitig hier diese Zutaten da reinzuwerfen und irgendwann zu entscheiden, okay, ich tue jetzt einfach mal so, als wäre das mein Gericht. Oder wenn ich es richtig gut getimed habe, ist es vielleicht sogar genau das Gericht, das ich kochen sollte. Und je nachdem, wie viele Zutaten in diesem Topf meinem Rezept entsprechen, desto mehr Punkte bekomme ich, wenn das Rezept gewertet ist. Nach einer bestimmten Anzahl von gewerteten Rezepten ist das Spiel vorbei und es gewinnt dann der Koch oder die Köchin mit den meisten Hunden. Dazu gibt es noch einen total spannenden Mechanismus, um die Gewichtung der einzelnen Rezeptfarben, die so nach Regionen der Welt aufgeteilt sind, dann noch immer wieder abzuwechseln und auch zu beeinflussen. Und somit ist das Ende und der Sieg da auch nicht total absehbar. Es macht auf jeden Fall einen Riesenspaß. Es sind so ein bisschen verdeckte Aktionen, ein bisschen Täuschen, ein bisschen Blöffen dabei. Auch ein bisschen taktieren. Wann decke ich denn welchen Topf ab? Wann werte ich denn Töpfe und tue so, ja, das ist genau das Gericht, was ich kochen wollte? Obwohl es vielleicht gar nicht das Gericht ist. Also ich darf es auch erst werten, habe eine gewisse Zutatenzahl, die dann auch übereinstimmt. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Diese kleine Einschränkung, dieser kleine Minispreisel, dass man es eben erst zu dritt spielen kann, hat mich ein bisschen nachdenken lassen. Ich wollte es aber trotzdem hier zu den Tipps mit reinnehmen, weil es, glaube ich, vom Thema her ein wunderschönes Familienspiel ist. Von der Illustration auf jeden Fall. Von den Mechaniken auch. Es hat mich, ja, total begeistert. Es ist ein wunderschönes Spiel. Und schaut es euch einfach mal an. Bistro Potpourri von Piatnik. Mein vorletzter Weihnachtstipp ist eigentlich ein Klassiker. 2017 bei Ravensburger erschienen. Es gab jetzt allerdings eine neue Auflage. Die Neuauflage habe ich noch nicht gespielt. Ich habe die ursprüngliche Auflage und die Rede ist von Wettlauf nach Eldorado. Ein Deck-Building-Abenteuer-Rennspiel, das unglaublich vieles richtig macht. Einfach immer wieder spannend ist, immer wieder neu ist. Der Spielplan steht auf der Schachtel. Bietet über 100.000 Möglichkeiten, wie er angeordnet werden kann. Die habe ich jetzt noch nicht alle durch. Und trotzdem bin ich begeistert von diesem Spiel. Es geht nicht nur mir so, auch eigentlich jedem Kumpel oder allen Familien, die was gesucht haben für die ganze Familie, mal was Neues, denen ich das empfohlen habe. Hat es eigentlich immer funktioniert. Bei einer Familie ganz besonders. Betten, liebe Grüße an der Stelle an dich und deine Family. Es ist aber auch ein Spiel, wie gesagt, das bei uns zu Hause immer wieder auf den Tisch kommt. Das ist eines der wenigen großen Spiele, die wir tatsächlich auch mit im Urlaub hatten im Sommer und immer wieder gespielt haben abends. Auch mein Sohnemann liebt dieses Spiel. Diesen Abenteuer, Wettlauf, Deck-Building-Charakter. Der kommt einfach super gut durch. Wir hatten noch gar keinen Bedarf, die Erweiterung zu spielen, die es noch gibt, die wir auch schon haben. Aber alleine das Grundspiel bietet schon so, so viel und führt Kinder und Familien in wunderbarer Weise in dieses Deckbau-Genre ein. Ohne, dass es jetzt wirklich ein Kindereinführungsspiel ist, sondern es ist wirklich ein Top-Familien-Spiel. Und ich kann es nur empfehlen, ob ihr jetzt eine ältere Variante oder die neue Auflage nehmt. Das müsst ihr dann selber sehen, was euch vielleicht auch grafisch besser anspricht. Ansonsten kann ich euch diesen Tipp nur geben. Eldorado von Ravensburger. Zum Abschluss meiner Tipps komme ich jetzt noch zu einem Spiel, um das bin ich einige Zeit rumschlawenzelt und habe mir es dann immer holen wollen. Und da habe ich mir es doch nicht geholt. Und da war ich sehr unentschlossen. Und dieses Jahr an der Messe habe ich das an dem Stand zu einem sehr, sehr guten Preis bekommen. Ich habe gedacht, ich nehme das jetzt einfach mal mit, mit Erweiterung und probiere das aus. Die Rede ist von Dice Forge von Liberloot, ein Spiel ab zehn Jahren. Und was soll ich sagen? Es macht höllisch viel Spaß, die eigenen Würfel zu manipulieren und nicht nur, ich drehe sie auf eine andere Seite. Nein, ich verändere die Würfelseiten. Dice Forge, der Name ist wirklich Programm. Ich schmiede mir meine Würfel. Ich habe ein echtes Dice-Crafting-System durch Arbeitereinsetzfelder auf verschiedenen Punkten, kann ich eben meine Würfel manipulieren. Es ist natürlich glückslastig mit Würfeln. Das brauche ich keinem erzählen, der sich hier den Podcast anhört. Aber ich kann es halt eben durch verändernde Würfel und durch verschiedene Aktionsfelder super beeinflussen. Und es macht einfach wahnsinnig Spaß, mal ein Würfelspiel mit so Arbeitereinsatzmechanismus zu spielen, das mir die Chance gibt, wirklich einen für mich optimalen Würfel zusammenzubasteln und zu gucken, welches Feld nutze ich als nächstes, wie lange opfer ich Züge, um meine Würfel zu schmieden, wann fange ich an, wirklich Siegpunkte zu sammeln, denn darum geht es am Schluss, um das Spiel zu gewinnen. Und das Spiel macht nicht nur mal im Sohnemann höllisch viel Spaß, sondern auch mit Personen habe ich das schon gespielt, die sonst vielleicht nicht so spielaffin und eben eher auf die Varianten hier Kniffel, Memory, Monopoly und so weiter gehen. Und das hat dadurch, dass die Würfel hier so sehr im Vordergrund stehen, bietet das so eine Tür. Das bietet so einen Einstieg für Leute, die sagen, okay, das interessiert mich so. Würfel, oh, mal einen Würfel verändern. Das sieht ja wirklich interessant aus. Und dieser Aufbau ist auch wunderschön auf dem Tisch dann mit der Schachtel und den verschiedenen Würfelseiten, die ich dann da rausnehmen kann. Und die Züge sind auch einfach genug zu halten, um auch wirklich Gelegenheitsspieler da nicht irgendwie zu überfordern oder dann schon beim Erklären irgendwie zu langweilen, sondern das ist wirklich relativ zügig erklärt. Es ist nach einer Runde komplett verstanden und es ist einfach wahnsinnig spannend, sich eben diesen Würfel zu schmieden, weil es halt wirklich total innovativ ist. Ich ärgere mich jetzt im Nachhinein, dass ich so lange gezögert habe, aber jetzt haben wir es im Regal stehen. Es wird auch definitiv nicht mehr ausziehen bei uns. Wenn ihr jemanden kennt oder selbst gerne Würfelspiele spielt und gerne mal an den Würfeln rumschrauben würdet, dann schaut euch doch mal Diceforge von Liebelut an. So, damit sind wir auch durch. Ich glaube, meine weiteren Tipps haben jetzt mindestens genauso viel Zeit eingenommen wie die Neuheiten, die ich euch vorher vorgestellt habe. Ja, aber wurscht. Hauptsache, ich konnte euch vielleicht den einen oder anderen Tipp geben. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn es euch dann auch wirklich gefallen hat und euch vielleicht die eine oder andere Idee für Weihnachten gebracht hat, weil was gibt es Cooleres und Schöneres und Besseres als zu Weihnachten mit Brettspielen jemandem eine Freude zu machen und sich danach direkt hinzusetzen, das auszupöppeln, auszupacken, auf den Tisch zu bringen und in Ruhe einfach ein paar Partien davon zu spielen und einfach gemeinsam eine schöne Zeit zu haben. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine wunderschöne Adventszeit, wunderschöne Feiertage, schöne Weihnachten, eine tolle Zeit zwischen den Jahren und einen super guten Rutsch und Start ins Jahr 2024. Ich freue mich, wenn ihr weiterhin zuhört, wenn ihr weiterhin auf Brettspielnews.de euch auch den Bereich der Kinderspiele und Familienspiele weiter anschaut und ja, euch alles, alles Gute und bis dann. Ciao, ciao.